Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 Ja wir sind jetzt gerade auf dem Weg und wollen eigentlich ein Auto holen, aber Irgendwie äh Ne, ich hätte gern das Also ich muss in dem Bereich Welle, ein Fluchtpunkt So, ich bin jetzt in dem Bereich drinnen So Jetzt stellen wir erstmal klar, dass das mein Auto jetzt werden wird So Welle, ein Fluchtpunkt Habe ich gemacht So Hm, verstehe ich jetzt nicht so ganz Rufe, wenn du den Reicht hast, muss der Michael anrufen, ne Okay Du Motherfucker So So Der Fluchtpunkt kann hier nicht markiert werden Hm Wo setze ich denn jetzt mal ein Hey, wie war's denn, Fred? Hey, buddy! Hey, I got a ride for our getaway, homie Ah, bestanden Das ist wohl ein neues Auto Habe ich gerade so mitgekriegt Ich hätte aber dann gern schon ein Auto Oh, das sieht schick aus Das will ich haben Dankeschön Finde ich aber nett von den Leuten, dass die so So sozial sind und mir ihre Autos geben, weil andere machen es nicht Finde ich eigentlich so richtig sozial Finde ich eigentlich so richtig sozial Er macht gerade Fadek auf und zu, gut So Jo Halt die Schnauze, sonst mach ich die fertig So Eiskalt vorbeigefahren Ihr Wichsers So So What the? Ich brauch mal kurz dein Auto Dankeschön Oh, sieht aber geil aus Okay, mit denen lässt sich's bestimmt besser fahren So So Ein paar Motherfuckers Das ist Das ist das Das ist das Das ist das Ganz heiß kalt hier Meine Fresse Ich will mal was machen Ja, sieht man ja wie man hier was machen kann So, das war gut gesetzt Also der Ach, deine Mutti ist auch ein Joke Ähm Ähm Auch noch grün So Oh Wenn dein eigenes Auto hinten vorne ist ja Ein bisschen scheiße Kommt jetzt noch was Hätt ja klappen können Ey Hey Was krackin Wartier Right there So We really finna do this shit We finna risk our lives to rob some motherfuckin' government killers again Yep Hey All right Listen up Here's the plan Trevor I want you in this position up here Okay, you're on lookout Geh mir ein Hinweis, wenn der Armored Car kommt. Okay. Ja. Ich werde hier sein. In der Schraubbrücke blockieren die Straße. Franklin. Du bist in der Alley. In der Toe-Truck. Die Hoffnung ist, dass sie direkt in fronten. Wenn sie das tun, du sie schnellst. Bam. Hier ist Hoffnung. Ja, nach dem Angriff. Wir öffnen die Dörren. Wir holen alle Geld, Bonds, was auch immer. Ich nehme es zu Hanes. Das war ein bisschen Hoffnung. Ja, als ich nicht auf dem Boden bin, wenn die Schein geht. Okay? Wenn die Schein geht, wir haben es. Du bleibst hier. Auf Ihren Post, die Augen schreien. Wir nehmen das Risiko. Klingt gut? Ich bin ein Profesional. Und zumindest nicht wir haben Clown outfits. Da ist ein Plus. Genau. Die Maske. Was? Mal schauen, was wir hier haben. Huh? Real Profesional. Und was mach ich jetzt? Müllwagen fahren! Okay. Okay. You fucking idiot! Meine Fresse! Meine Fresse! Ist das denn so schwer? Ihr wisst doch, Müllwagen haben immer Vorfahrt. Zwar nicht in echt, aber hier schon. Und rum mit der Kiste. Und äh... Hm. Ah, got it. Michael! You better head your way. Get the truck in position. Block both lanes of traffic. Okay. Okay. Just stop in the road and stay there. Perfect. Alright, I pulled up. Get ready, Frank. Sanitation aren't meant to be here today. Okay. Hey, man. I got these motherfuckers. Guy! We got contact. Alright, make it happen. Plant the sticky bomb. I'm doing it. Ich hab Haffbomben? Wusste ich gar nicht. Back away from the bomb, F. And make it happen. Eh? F. You went too far. Get back here. Everyone out! Let's go! On the ground, now! My fucking ears! I'm fucking deaf, you complete prick! Clean out the van. I got the guard. The alarm's been tripped. The cops will be swarming here in 10 seconds. You better run. Shut the fuck up. Come on! Good to go! You hear all them sirens, dog? Looks like they hit their panic button. Half the LSPD incoming. Ohne Scheiß. Machen wir, machen wir, machen wir. Machen wir, machen wir. Hä? Back back! Just let me know. If they're watching them? Yeah, what's in that? How are you boys? Well, one of you more than the other. It's them or us! We put these cops down and we move on. Hey guys! We got a basur gun up here in case you need me to wait in. Wetter im Wind! Wetter auf den Boden! Wetter! Wetter! Wenn die Hände nach hinten! Wetter nach links! Mehr die Fäden auf der Weg! Die Fäden nach unten kommen und sie kämpfen dich! Wetter nach unten! Wetter nach unten! Die Fäden nach unten! Äh... Oh! Warte! DREVOR! BAM! Stop that motherfucker! Erstmal decken hier! BAM! So! Wieso? Wollte schon sagen, wieso darf ich meinen... Wieso darf ich meinen... Ach du willst hier hoch? Bin ich aber nicht in Ordnung. Sonst reicht's aber! WUM! 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 Habe ich ihn hier noch verwarfen? So. Okay. Wo ist hier noch einer? Okay. Okay. Das ist der Mann! Du solltest uns gehen! Gehen! Du hast die Sniper Team in, Tee! Gehen sie raus, Mann! Sie sind auf der Gebäude, Mann! Warte mal, right there. So. Oh, you got to be precise with this thing. Hey, Max. This one's out of it. Sniper in the... Weißt du, wie wir das machen? Sniper in the chopper. You got to bring it down. BAM! BAM! That's it, dawg. You should've let us go. We're loving. Take your time. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Das ständige Gewechsel. So, wo ist noch einer? Hey, hier ist da noch einer. Wir fahren zum Fluchtpunkt, okay. Hä, ist die Kohle jetzt hier drinnen? Jetzt hat mir nur schon so ein scheiß Wichs Kopf nicht entgegenkommt. Aber bei einem Stern weniger, glaube ich mal. So, und nochmal rum. Yay! So ein Müllwagen ist komplett unerfällig, wenn du es mal so sehen solltest. Ich habe da jetzt lange gebraucht, aber ich komme in meine 25 Minuten pro Part rein. Wenn es mal 30 sind, ist auch nicht schlimm, aber... Sonst versuche ich eigentlich... Wieso tut das jetzt wieder so mit den Frames runtergehen? Wichse. What the fuck? Das habe ich noch gerade so gerettet. So. Huuuuhhhh. Ist das dein Ernst? War das jetzt dein Ernst? Muss jetzt hier rum? Ein Glück nicht. What the... Das war jetzt ungeplant, dass ich die Leute noch überfahren habe. Rasante Fahrweise. Bleh. Rasante Fahrweise. Ich habe gehört, ich soll jetzt hier abbiegen. Na gut, das war klar, dass ich das mitnehme. Guck doch mal, du Wichsers. Zum Fluchtpunkt. Zum Fluchtpunkt. Juhu. Ich weiß, das ist so ein übelst weiter Weg, aber... Zerstöre den Müllwagen. Mit was denn? So. Entferne dich vom Müllwagen, mach ich doch. Okay. So, aber wir begeben uns erst zum Haus in der nächsten Folge. Also bis dahin, haut rein. Ciao. пока. Vielen Dank.